So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, kleines Video, großes Video. Wir werden sehen, für den einen oder anderen, der hat das erste Video schon gesehen, das habe ich aber ganz schnell wieder gelöscht, weil uns da ein Fehler unterlaufen ist, dem guten Thomas und mir, denn er hat ihr leider das falsche Sample-Paket geschickt. Also, worum geht's? Es geht um Thomas Hoffknecht, seine Sample-Packs, die echt hammerstraight sind. Und ihr könnt das Sample-Pak erwerben auf der Adresse, steht aber auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Gosta-Quanta, 20 Katheten, hier 15 und er hat aber noch was rausgehauen. Moment, muss ich kurz gucken. Hot Deal 1, zusammengeschrieben. Ich mache das jetzt mal so. Hot Deal 1, so wird's geschrieben. Alles zusammen, Hot Deal 1, bekommt ihr 20% Rabatt auf die ganze Geschichte. Und, ja, warum Samples kaufen? Ich mache, also ich habe eine Sample-Sammlung, mittlerweile über 500 GB. Ich liebe es, Samples zu stacken, zu sammeln, die zu zerlegen, zerfetzen, zerreißen, Audio hin, Audio her, rückwärts spielen, vorwärts, Effekte drauf, neue Sachen rausbasteln. Ihr kennt mich, ihr kennt meine Videos und ihr wisst, ich liebe es, mit Samples zu arbeiten. Kurz, wer nicht weiß, wer Thomas Hoffknecht ist, mein Lieblings-Track von ihm. Also, brutale Techno-Gewalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann euch dieses Sample-Pack nur anraten. In dem letzten Video, was ich gelöscht habe, wieder von dem Kanal, haben wir uns beide Sample-Packs gleichzeitig angeguckt. Allerdings ist da ihm ein Fehler unterlaufen und er hat mir das erste Sample-Pack nur mit Hi-Hat-Loops geschickt und mit Top-Loops. Und ich dachte, hm, das war's. Dann war das Video online, er hat es sich angeguckt und dachte, oh, scheiße, ich schicke dir mal schnell das Richtige. Ja, und da sind wir jetzt. Und da ihr bei all meinen Videos ständig fragt, ey, was für Samples benutzt du? Das kam jetzt beim letzten, war das die Soma-Sample-Pack, das kam gut an bei euch. Habe ich gedacht, ich mache da jetzt einfach mal ein kleines Video von, denn auch für mich sind das neue Samples. Ich habe in diese Samples noch gar nicht reingehört. Ich habe die jetzt eben nur reingeladen bei Ableton und habe gesagt, okay, bevor ich das jetzt anfange, machen wir das alles zusammen. Da schreibt er schon wieder. Nein, das war nicht. Gut. So, ja, würde ich sagen, hören wir rein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sample-Packs, wo denn Möchtegern-Techno draufsteht und sowieso. Und das ist kein Vergleich dazu. Also dieses Sample-Pack ist wirklich mein lieber Freund das, was ich von dir erwartet habe. Punkt. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Gönnt euch diese Samples auf dem Label, auf der Labelseite und Hotdeal 1 eingeben, dann kriegt ihr 20% darauf. Und mal ganz ehrlich, 20 Euro, Alter, für so eine Sample-Packs hier, 15 Euro, das ist geschenkt. Geht mal auf eure Premium-Samples, die ihr sonst kauft und guckt mal, was da ein Sample-Pack kostet. Da geht ihr nämlich nicht unter 50 Euro raus. Also, Kaufempfehlung 3000 machen, kaufen und ich muss jetzt noch ein bisschen abspacken. Wir sehen uns im nächsten Video hin. Bis dahin und tschüss.